Ich traue mich nicht, mich zu zeigen, aber wenn ich Marketing machen will für mein Unternehmen, dann muss ich das doch, oder? Diese Frage erreichte mich so SOS-artig vor wenigen Stunden. Und ich möchte meine Antwort hier mit dir teilen. Ich darf mich zeigen, auch wenn das ein längerer Prozess war. Mein Name ist Jana Widowit und in diesem Podcast, der Irgendwas mit Marketing heißt, erfährst du, ob du dich wirklich zeigen musst, wenn ja, wie du dich zeigen kannst und wie du dein Marketing tun kannst, ohne dass es dir selbst unangenehm ist. Also lass uns mal gleich einsteigen. Ich traue mich nicht, mich zu zeigen. Was steckt denn da drin? Was steckt das Wort Vertrauen drin? Ich vertraue mir nicht. Warum eigentlich? Warum vertraust du dir nicht? Wenn du dich irgendetwas nicht traust, oder wenn du es dir vielleicht nicht zutraust, woran liegt das denn dann? Nein, ich will nicht auf dir rumhacken, überhaupt nicht. Ich möchte dich einfach sensibilisieren, einmal darüber nachzudenken, woran das liegt, dass du dich nicht so gerne traust. Das ist das eine. Und zum anderen stimmt das einfach nicht. Das stimmt nicht. Du traust dich. Du zeigst dich. Jeden Tag, wenn du rausgehst, und ich gehe davon aus, dass du es tust, jeden Tag, jedes Mal, wenn du mit jemandem sprichst, egal ob es deine Vertrauten sind, deine Familie oder Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Kunden, was auch immer. So. Du gehst also raus. Das haben wir ja schon mal geklärt. Und du sprichst auch mit Menschen. Auch das haben wir geklärt. Da bin ich ziemlich sicher, dass du es tust. Du hast aus irgendeinem Grund eine Firma gegründet, oder hast vor, eine zu gründen, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Also, das heißt, du zeigst dich doch schon. Bedeutet, du traust dich nicht, dich zu zeigen. Stimmt nicht. Du zeigst dich. Du gehst raus, du sprichst mit Menschen. Vielleicht sprichst du nicht genügend, oder nicht in der Form, wie du es dir wünschst, oder nicht effektiv genug über dich, über dein Marketing, über deine Kunden. Wie auch immer, das kann sein. Das ist ein Wie. Aber das Was, das tust du schon. Du tust es quasi in echt, wenn du es noch nicht auf Social Media tust. Du tust es virtuell, wenn du vielleicht mal ein WhatsApp-Video machst, oder sowas. Also, du zeigst dich. Definitiv. Zumindest in einem kleinen Kreis von Menschen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Es sei denn, du bist irgendwo eingemauert in einem Turm, wie die Gräfin Kosel, aber auch die hat sich ja, gut, die hat es nicht ganz freiwillig gemacht, aber auch sie hat sich ja die ihren Bewachern und so weiter gezeigt. Also, Fakt ist, du zeigst dich schon. Das heißt, du traust dich auch. Du kannst dir also vertrauen, da ich davon ausgehe, dass du, wenn du dich halt gezeigt hast, im echten Leben, da auch gute Erfahrungen damit gemacht hast. Oder wenden sich Menschen von dir ab, wenn du mit ihnen sprichst. Oder hören sie dir vielleicht nicht zu. Oder hören sie dir zu. Und im Gegenteil, du kannst sogar sehr gut erzählen vielleicht. Vielleicht kannst du sehr gut unterhalten. Vielleicht bist du sehr, sehr witzig. Vielleicht bist du einfach so herzlich, dass man dich einfach liebhaben muss und darf und kann. Fühl da mal in dich rein, was so die letzten Feedbacks auf dein Sicht zeigen waren. Also, auf dein Sicht zeigen in deinem ganz normalen, natürlichen Umfeld. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Thema, du musst dich zeigen, wenn du Marketing machen willst. Du musst rausgehen. Also, erstens, wie gesagt, wir haben geklärt, du gehst ja raus. Du gehst vielleicht in andere Kreise. Du gehst noch nicht zu deinen Kunden. Kann alles sein. Darum geht es aber nicht. Aber du gehst raus. Also, das machst du. Und das Zweite ist, du musst gar nichts. Nichts musst du. Wenn du anfängst zu müssen, weißt du, dann passieren so Dinge wie Zwang, so Mist, jetzt muss ich schon wieder so einen Podcast sprechen hier. Und ich muss noch einen Social Media Post machen. Und weißt du, was dann wird? Dann wird so Grütze. Normalerweise drücke ich mich an dieser Stelle deutlich drastischer aus. Aber lass uns bei Grütze bleiben. Und Grütze willst du ja nicht. Wenn du mit jemandem sprichst, ganz egal über welches Thema, ist das dann für dich eine Verpflichtung? Ist das ein Müssen? Oder ist das eine Freude, weil dich vielleicht jemand etwas gefragt hat und du ihm oder ihr helfen kannst mit deinem Wissen, mit dem, was du erzählst? Oder ihr macht einfach nur Smalltalk? Oder ihr sprecht, weiß ich nicht, über die Familie, die Kinder? Ist das dann für dich ein Müssen? Oder ist das eine Freude, weil du auch etwas erfahren möchtest? Weil du dein Wissen, deine Dinge teilen magst? Das musst du ja nicht. Du sprichst ja einfach mit den Leuten. Du tust es einfach. Also, tu mir bitte einen Gefallen und lass das Wort müssen mal weg. Ersetze es durch das Wort ich darf, ich möchte, ich tue. Ersetze einfach ich gehe raus. So, da du das ja jetzt schon mal tust, können wir das Ganze auch nochmal in den Zusammenhang bringen mit diesem Marketing. Marketing, was ist denn das eigentlich? Das habe ich schon mal in einigen anderen Podcast-Folgen erklärt, geklärt. Da haben wir schon mal ganz oft drüber gesprochen. Marketing bedeutet doch nichts weiter, als ein Unternehmen so aufzustellen, das ist auch verkauft, das ist für dich arbeitet, das ist für mich Marketing. Nicht du arbeitest für dein Unternehmen, sondern das Unternehmen arbeitet für dich. Dafür ist Marketing da. Marketing kann auch die Preisgestaltung betreffen oder betrifft auch die Preisgestaltung. Marketing betrifft natürlich deine Kommunikation nach außen, aber Marketing betrifft doch auch dein Produkt. Was verkaufst du denn? Wenn du rote Mohnblumen verkaufst, was würdest du denn dann tun, damit du sie verkaufst? Würdest du die Mohnblume in einen schwarzen Behälter sperren, diesen ganz fest zuschließen, mit mehreren Schlössern verhängen und dann dich auf den Marktplatz stellen oder noch besser in deine Wohnung mit diesem schwarzen Behälter, in dem die wunderschöne Mohnblume drin ist und hoffen, dass jemand kauft? Ehrlich? Würdest du das? Also du würdest ehrlich diese Mohnblume verschließen, verrammeln, sodass sie niemand, niemand sieht, würdest sie dann in der hintersten Ecke deiner Wohnung verstecken, am besten noch ganz unten im Keller hinten, hinter den Winterski-Sachen und würdest dann dich aufregen und sagen, mein Marketing funktioniert nicht, es kauft keiner. Das ist mir gerade nicht übel, aber finde mal den Fehler. Wenn du eine Mohnblume zu verkaufen hast, was wirst du denn dann tun, ob du dich jetzt zeigen willst oder musst oder darfst, egal. Du nimmst die Mohnblume, stellst dich auf den Markt, erzählst es deiner Nachbarin oder stellst deine Mohnblume natürlich ins Fenster. Vielleicht machst du noch ein kleines Schild, das bastelst du, machst du mit dem gleichen Mohnblumenrot und sagst, hier heute Mohnblumen, frisch, herrlich, zur Deko. Hast du da schon dich gezeigt? Ja, vielleicht deine Handschrift auf dem Schild, ja. Aber das hat schon mehr was mit Marketing zu tun. Du hast ein Produkt, eine Mohnblume ist ein Produkt. Du hast dir was dabei gedacht, dass du diese Mohnblume verkaufst. Du hast sie präsentiert. Ob es sinnvoll ist, die Mohnblume, wie gesagt, ins Fenster zu stellen und einen Pfeil dran zu machen, das ist eine andere Frage. Das ist das Wie. Aber du hast es getan. Du hast dein Produkt definitiv erst mal gezeigt und auch angefangen, Marketing zu machen. An welcher Stelle musstest du dich denn dann jetzt zeigen? Also dich als Person. Ich habe die Frage schon verstanden. Die Frage zielt darauf, dass man auf Social Media und überall anders immer wieder ganz viele Selfies sieht von den jeweiligen Menschen, die ein Produkt oder eine Dienstleistung anzubieten haben. Das ist auch gut so. Ich mag das sehr. Aber kommen wir noch mal zurück zu deiner Mohnblume, die du verkaufen willst. Das ist also dein Produkt. Du hast dein Produkt schon mal gezeigt. Das ist dir höchstwahrscheinlich gar nicht schwer gefallen, weil man kann sich auch ganz gut hinter so einem Produkt verstecken und kann da ein bisschen hervorlugen mal auf der einen oder anderen Seite. Ja, jetzt sagst du, ich bin Coach oder Trainer oder Berater. Ich habe gar kein Produkt. Also, das Produkt ist ja meine Beratung. Hallo? Marketing heißt auch Produkt kreieren. Dann kreiere ein Produkt. Du hast ein Package definitiv, einen Einstiegspreis, du hast eine Standardberatung, vielleicht hast du eine Gruppenberatung, was auch immer. Du hast doch Produkte. Genau wie diese Mondblume. Also, vielleicht nimmst du dann zu deinem Mondblumensortiment noch ein Ringelblumensortiment hinzu. Oder von mir aus auch Brennnesseln. Du merkst, ich gehe gerade über ein sehr buntes Feld hier. Überleg dir einmal deine Produkte, dein Produkt. So, und dann machst du Schritt zwei und überlegst dir, wie du die ganz hübsch im Schaufenster trabierst. Und damit meine ich natürlich nicht unbedingt, dein Ladengeschäft, Schaufenster, vielleicht hast du gar keins, sondern das Schaufenster, wo Bittschön. Darum bitte ich dich wirklich inständig, das Schaufenster, wo deine Kunden dran vorbeilaufen. Wenn deine Kunden auf Social Media sind, weißt du, was du dann machen darfst? Genau, du darfst deine Produkte in das Schaufenster Social Media stellen. Wenn sie überhaupt nicht auf Social Media sind, dann brauchst du Social Media nicht zu machen. Wenn sie nicht im Internet unterwegs sind, was ich nicht glaube, dann musst du keine Webseite haben. 99,99% aller Kunden sind aber im Internet unterwegs. So, also stell deine Produkte ins Schaufenster und wenn du dich mal an deinen Schaufensterbummel so erinnern kannst, fandst du das nicht auch immer spannend, wenn in einem Geschäft die Schaufenster gerade umdekoriert wurden und du ein bisschen den Dekorateurinnen zusehen konntest bei ihrer Arbeit, weil da passierte was, da bewegte sich was. Sieh dich doch bitte als Dekorateurin deines Schaufensters du stehst im Dienste deiner Produkte und deine Aufgabe ist es nun mal diese Produkte ansprechen zu präsentieren. Ja, und wenn du im Schaufenster stehst, dann sieht man dich. Aber wir hatten das ja schon geklärt, man sieht dich ja sowieso, weil du ja höchst wahrscheinlich irgendwann mal rausgehst aus deiner Wohnung, aus deinen vier Wänden und mit Menschen sprichst. Jetzt bring beides mal zusammen, man sieht dich sowieso, du hast Produkte, die du präsentieren darfst, denn sonst würdest du nicht diesen Podcast hören, sonst würdest du kein Business machen, du hast also Produkte, die einsprechend sind. Und wenn du beides übereinander bringst, dann darfst du deine wunderbaren Produkte präsentieren und dich auch zeigen, mit dem Produkt in der Hand. Du kannst das Produkt ja ganz bisschen größer machen als dich und kannst da auch von mir aus einen großen Teil der Nutzenkommunikation drüber machen. Fakt ist, Menschen kaufen bei Menschen. Insbesondere wenn du Coach oder Berater oder Trainer bist, dann kaufen die Leute bei dir, bei dir. sie kaufen deine Produkte. Das ist wichtig für eine Klärung, was sie eigentlich bei dir sollen. Das Vertrauen baust du auf. Und wie baust du das auf? Indem du die ganze Zeit über dich redest? Musst du nicht. Rede über deine Kunden. Rede über ihre Bedürfnisse. Rede über das, was dein Produkt bei ihnen gut macht. Deine Mondblume erinnere dich. Wenn du die in dem schwarzen Kästchen machst, kann sich kein Mensch vorstellen, dass sie eine dekorative Wirkung hat oder auch eine beruhigende Wirkung oder wie auch immer. So ist das mit deinen anderen Produkten auch. Und jetzt nochmal zum Thema Social Media. Und der andere war auch geschrieben, ja, ich teile jeden Tag irgendwelche relevanten Posts und lehrreiche Dinge und so weiter. Das mache ich sehr, sehr gern, aber ich selbst mag da von mir nichts erzählen. Du kannst natürlich relevante Dinge teilen, aber ehrlich, macht das für dich Sinn, wenn du immer über das Stiefmütterchen im Fenster des Nachbarn redest, wenn du eine Mondblume verkaufen willst. Also du, ja, du möchtest eine Mondblume verkaufen. Im Fenster deines Nachbarn steht ein Stiefmütterchen, der redet die ganze Zeit über Stiefmütterchen. Das ist auch eine Pflanze, das ist auch dekorativ, alles richtig. So, und du teilst andauernd, dass er über Stiefmütterchen redet. Auch hier wieder, überleg mal, was du da tust. Ich finde es gut und richtig und wichtig, mit dem Wettbewerb zu kommunizieren, in Austausch zu sein, zumal es keinen Wettbewerb gibt, weil es gibt dich nur einmal. Und mich natürlich auch. Was bedeutet das? Irgendwann denken die Leute, okay, das ist wahrscheinlich die Marketing Abteilung von Stiefmütterchen, dass du selber die genialsten Mondblumen im Fenster hast und auch zu verkaufen hast und dich richtig auskennst mit Mondblumen. Hey, wer soll das wissen, wenn du es keinem sagst? Wenn du sogar eine Leidenschaft für Mondblumen hast und ich gehe einfach davon aus, dass du das hast für dein Fachgebiet, dann sollte dir ja eigentlich nichts leichter fallen, als darüber zu sprechen und uneigentlich auch. Also geh mal den ersten Schritt. Vergegenwärtige dir, dass du dich bereits traust. Dann gehst du den zweiten Schritt und machst dir klar, dass du ein Produkt hast, über das dich sehr wohlzureden lohnt. Dann bringst du beides zusammen. Du gehst mit deiner Expertise und deiner Leidenschaft raus und ja, ihr Lieben, da darfst du auch mal ein Selfie machen und nein, ihr Lieben, der muss nicht perfekt sein. Weißt du warum? Perfekt macht unnahbar. Echt machen Dinge mit Ecken und Kanten. Du bist der Mondblumenverkäufer oder die Mondblumenverkäuferin und ich möchte dich sehen mit meiner künftigen Mondblume. Ich weiß, dass du das kannst, denn du tust es schon jetzt jeden Tag. Du sprichst über Dinge, die dir wichtig sind, du sprichst über Dinge, von denen du Ahnung hast und du tust es auf deine eigene Weise. Mehr ist Kommunikation im Marketing nicht. Tu es so, wie du bist. Und das ist das, was dir eine unglaubliche Freiheit beschert, denn du musst dich überhaupt nicht verbiegen. Du kannst dich so zeigen, wie du bist, mit deiner Mondblume, so wie du auch rausgehst und mit deinem Umfeld sprichst. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei und wenn du auch eine drängende oder weniger drängende Marketing Frage hast, lass sie mich wissen. Schick mir einfach eine Mail an ask at wie du will Punkt Academy oder eine persönliche Nachricht auf all meinen Social Media Kanälen. Ich freue mich mega, mega, mega auf dich und auf deine Frage und vielleicht bist du schon mit deiner Frage im nächsten Podcast dabei. Also viel Spaß, Mondblume, Stiefmütterchen, zeig dich. Alles Liebe, deine Jana.